Es ging, also ich war mal eine Zeit lang länger krank, verletzt gewesen, aber ich bin jetzt wieder im Team drin und das reicht mir. Auf jeden Fall das Heimspiel gegen Lenartz vor 7.500 Zuschauern und auch das Testspiel gegen Mainz. Da hatte ich es mal geschafft zwei Bundesliga-Spieler zu tunnen und da war ich voll zufrieden mit mir selber. Wie eben schon gesagt, auf jeden Fall den Aufstieg mit Borussia, das wäre ein echt schönes Erlebnis und halte bei FIFA die erste Liga zu gewinnen. Ja, den Titel. Den Titel. Ja, das ist schick. Auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall eine Turniermannschaft und da schneiden sie immer gut ab und wer soll so aufhalten. Ja. Ja. Molti. exhaustion. �